Ich bin Frank, ich bin Glasbläser. Das Faszinierende dabei ist, dass man aus nichts etwas entstehen lassen kann. Das Feuer, das fließende, glühende Glas, das zu bearbeiten, das fasziniert einfach so stark. Die Kreativität sind durch die Technik halt Grenzen gesetzt und das immer weiter hinaus zu schieben und wieder ein neues Gebiet zu betreten, das sich sein Eigen machen und sich weiterzuentwickeln. Das ist total interessant.